Du willst die Ansprechbarkeit deines Hundes verbessern, dann ist die Übung, die ich dir jetzt zeige, genau die richtige. Go! Silversitz. Rocky hier. Rocky Sitz. Der Hund muss 30 Sekunden sitzen. Geht los. Du willst die Ansprechbarkeit deines Hundes verbessern? Und dann ist die Übung, die ich dir jetzt zeige, genau die richtige. Go! Silversitz. Rocky hier. Rocky Sitz. Der Hund muss 30 Sekunden sitzen. Geht los. Geht los. informing. Geht los. Probabil定. Enmengуже. Mal. Unbelievable. 這ap. 飛雪. Das war doch nicht so schwer, oder? Wenn dein Hund bei dieser Übung aufstehen sollte, setzt du ihn wieder hin und fängst von vorne an zu zählen. Das war super. Deshalb kriegen die Hunde jetzt ein Okay und können ein paar Schritte mit mir wandern. Ja, prima. Und diese Übung, die baust du immer mal wieder ein während des Spaziergangs, aber du kannst auch gerne zu Hause mit dieser Übung anfangen zu trainieren. Immer wieder sitzen lassen, 30 Sekunden abzählen und wenn die 30 Sekunden vorbei sind, kurz bestätigen und dann geht es auch schon weiter. Du wirst sehen, die Ansprechbarkeit funktioniert danach viel besser als vorher. Oh, meine Tute. Prima, jawohl. Super, Boki. Hier zu mir. Und das war es schon. Üb das, üb das, üb das. Und es wird immer besser. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann klick die Glocke. So. Oder so. Oder so. Das war doch nicht so schwer, oder? Wenn dein Hund bei dieser Übung aufstehen sollte, setzt du ihn wieder hin und fängst von vorne an zu zählen. Das war super. Deshalb kriegen die Hunde jetzt ein Okay und können ein paar Schritte mit mir wandern. Und diese Übung, die baust du immer mal wieder ein während des Spaziergangs. Aber du kannst auch gerne zu Hause mit dieser Übung anfangen zu trainieren. Immer wieder sitzen lassen, 30 Sekunden abzählen und wenn die 30 Sekunden vorbei sind, kurz bestätigen und dann geht es auch schon weiter. Du wirst sehen, die Ansprechbarkeit funktioniert danach viel besser als vorher. Und das war's schon. Üb das, üb das, üb das. Und es wird immer besser. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann klick die Glocke. Oder so oder so oder so oder so oder so oder so. Bis zum nächsten Mal.